Moin Moin, hier ist Dave und Katharina. Es ist der 17.01.2020 und wir starten bereits zu unserer ersten Klettertour. Allerdings in heimatlichen Gefilden, um es genauer zu sagen, im nördlichen Odenwald bei Heinstadt. Da gibt es nämlich den Starkenburger Klettersteig in einem alten Steinbruch. Und wir stehen auch schon direkt davor. Der Einstieg ist hier vorne. Es geht erst mal ein bisschen nach links, dann nach oben, dann wieder nach links und dann so ein bisschen im Zickzack bis hoch zur Kante. Der Starkenburger Klettersteig ist zwar nicht besonders lang, aber dafür durchaus knackig. Immerhin CD und das für die Gegend hier. Also dann, auf geht's. Der Einstieg ist irgendwie schon lustig. Da muss man sich so reinbasteln. Das Drahtseil ist ziemlich weit oben. Ja, cool. Wir sehen, DF klingt. Mal kurz für euch, dass ihr die Relation seht. Da steht die 11 und da muss er hoch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zauber! Nicht schlecht! Okay, das war Nummer 1. Das ist schon echt krass. Das ist ein ehemaliger Steinbruch. Da geht es schon ein paar Meter runter. Von da unten kommen wir. Und jetzt geht es hier weiter. Okay, Teil 2. Dafür der Helm. Und direkt nach dem Baum geht es jetzt wieder nach oben. Jetzt heißt es hier an der Wand so hochtreten. Das sind schon hübsch kleine Tritte. Nicht übel. Nächster Kandidat. Ja. Dann hat man noch die Botanik in der Fresse. Ja, das ist toll. Ja. Ja. Einmal queren. Immer diese YouTuber. Überall wird man gefilmt. Ja. Geschafft. und da ist der Ausstieg schon über diese kleine leiter geht es jetzt raus ja nichts sehr vertrauenserweckendes holz ist morsch jetzt unserer linken ist noch eine schutzhütte da könnte man ein bisschen pause machen und nach unten geht es hier auf der anderen seite und das war es schon jetzt sind wir wieder unten davon ist der einstieg das war jetzt ein richtig schöner lustiger klettersteig obwohl so lustig er ist schon ganz schön knackig langweilig wird euch nicht anfingertauglich naja also wer nur a b klettersteige kann der sollte hier besser die finger davon lassen da dürfen wir nämlich schon mal ganz schön beherzt zupacken hat einen riesen spaß gemacht einziger haken er ist leider ein bisschen kurz und aus dem grund gehen wir jetzt einfach nochmal aber ohne kamera ach ja kleiner nachtrag noch das hier ist nicht nur ein klettersteig sondern es gibt ja auch ein paar kletterrouten und katharina versucht sich gerade dann ja nur so zum austesten weil wir haben kein seil dabei aber ist lustig hört sich jedenfalls so an ich hoffe euch hat das video gefallen danke fürs zuschauen macht's gut und bis zum nächsten mal panikpicture panikpicture einmal winken für deine fans das sieht gut aus drama ich will wieder runter da Untertitelung des ZDF, 2020